Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Geocraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in und aus der Red Station. Ein großes Projekt, Vanilla Kreativ, in dem wir gerade dabei sind, eine Weltraumstation zu bauen. Und natürlich gibt es in dieser Weltraumstation Items und ein intelligentes Lager. Ein gutes Lagersystem Minecraft. Ich denke, jeder von euch hat schon mal Kisten gebaut, jeder von euch hat schon mal Itemfilter gebaut, aber das hier wird bestimmt nicht jeder von euch schon mal gebaut haben. Und ich werde euch jetzt überzeugen, warum das hier etwas ziemlich Feines ist. Es fehlen noch zwei Sachen. Es fehlt noch einmal hier, einmal ein Barrel und es fehlt noch einmal hier ein Barrel. So, was ihr jetzt hier seht, ist eine Scheibe, ein sogenanntes Modul. Wenn wir mit Redstone bauen, dann gibt es manchmal ein Phänomen, das nennt sich Modularität. Das heißt, wir bauen nur eine Einheit und dann können wir zum Beispiel sowas wie WorldEdit nehmen hier auf dem Server. Können einmal das hier markieren. Können einmal das hier markieren. So, und jetzt haben wir dieses ganze Ding hier ausgewählt und jetzt machen wir Stack 49 und fertig. Und das hier sieht doch schon mal eher nach Lager aus, oder Leute? Wie gefällt es euch? Lasst es mich gerne wissen, bewertet gerne das Video. Was ihr nämlich hier habt, ist das mit Abstand beste Lagersystem hier in dieser Welt. Nein, aber ernsthaft, was ihr hier habt, ist ein unglaublich cooles Lagersystem, welches vor allem etwas kann, welches eine Hommage an meine ältesten Lagersysteme ist. Was wir haben, ist ein sogenanntes IMS, das steht für intelligentes Minecraft-System. Das ist eine Sache, die ich vor langer, langer, langer Zeit mal entworfen habe und mittlerweile ein bisschen perfektioniert habe. Was ihr hier habt, ist die beste Version des IMS, die ich bis jetzt gebaut habe. Es wird auf jeden Fall hierzu ein Tutorial geben, da könnt ihr euch drauf freuen, wo ich nochmal erkläre, wie es funktioniert. Und dann werden jetzt einige von euch fragen, was ist das? Was kann das? Was soll das? Warum baust du das? Das ist ein Lagersystem, welches vollautomatisch ist. Also, wir fangen erstmal bei einfach an. Ein Lagersystem bedeutet, dass man irgendwie mittels Trichter-Items zusortiert. Das haben wir hier oben gebaut, da kann man zum Beispiel eine Wasserstraße machen und über diese Wasserstraße kann man ein Item durch viele verschiedene Trichter durchleiten. Und wenn in den Trichtern ein spezielles Item ist, kann man das Item zusortieren. Das ist Basic Minecraft. Ich habe ein 45-Sekunden-Video gemacht, in dem ich erkläre, wie dieses gebaut wird. Sucht mal einfach nach The Joe Craft Filter, dann werde ich euch das in diesem Video erklären. So, aber angenommen, wir wollen jetzt ein Item lagern, dann können wir jetzt erstmal mal die Select, das Lager ist soweit fertig. Dann können wir jetzt einen Item Frame nehmen und wir tun jetzt einfach mal hier an diese Kiste Redstone rein und wir tun mal hier Redstone Fackeln rein. So, Redstone und Redstone Fackeln sollen hier zusortiert werden. Alles, was ich jetzt machen muss, ist hier oben bei dem entsprechenden Filtermechanismus hier Redstone reinlegen. Und auf der anderen Seite, bei der anderen Kiste, muss ich Redstone Dings reinlegen. So, wir können natürlich jetzt folgendes machen. Wir können natürlich so ein bisschen sagen, uns ist Optik besonders wichtig. Dann könnten wir jetzt zum Beispiel, ich überlege gerade, ob wir das nochmal ein bisschen schöner gestalten. Wir können zum Beispiel hier eine Lampe hinbauen und maybe hier eine Lampe hinbauen. Das gefällt mir gut. Deshalb mache ich jetzt folgendes. Ich nehme das hier, ich markiere das und das. Jetzt habe ich die beiden Lampen markiert. Das sieht gut aus. Ja. Und da machen wir jetzt folgendes. Auch jetzt machen wir wieder Stack 49 mal. Und die Lampen werden durchgestackt. Jetzt haben wir nämlich folgendes gebaut. Die Lampen können jetzt anzeigen, ob da was zusortiert wird. So eine kleine Optik. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Stack davon, einen Stack davon, einen Stack davon. Ja, wir machen erstmal einen halben Stack, damit es funktioniert. Wir werfen die ganzen Sachen mal hier rein. Dis, dis und dis. Dann seht ihr, dass da eine Lampe angegangen ist und da eine Lampe angegangen ist. Das ist ein bisschen weird, weil die beiden Lampen bedeuten, dass jetzt da was zusortiert wird. Also ist egal, muss jetzt aber auch nicht korrekt sein. Man sieht einfach nur, da passiert was. Das ist mir wichtig. Dass die Lampen, die sollen zeigen, da wird was zusortiert. Ja, und da wurde jetzt gerade Redstone und Fackeln zusortiert. Mit diesem alten Filtermechanismus. So, jetzt ist die Frage, wo zum Kuckuck hängen die jetzt und bleiben die stehen? Also die hängen jetzt hier oben drin. Warum hängen die hier oben drin? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass die da hängen. Doch, das ergibt absolut Sinn, weil dieser Block blockiert das. Also Minecraft ist manchmal so ein bisschen, ein klitzekleines bisschen jerky. Warte mal, können wir das umbauen, dass das noch funktioniert? Können wir das zum Beispiel so ändern? Ihr seht, ich habe jetzt gerade ein Problem festgestellt in diesem Design, in diesem Modul, was ich entwickelt habe, funktioniert dieser Filtermechanismus nicht. Ja gut, okay, ärgerlich. Mir ist es vorhin schon aufgefallen, dass es nicht funktioniert, aber nicht verzweifeln. Wenn ihr merkt, es funktioniert etwas nicht, dann Panik. Immer Panik schieben, ganz ganz wichtig. Absolut Panik bekommen. So, und in Panik das Problem noch schlimmer machen. So, einmal die richtige Höhe auswählen. Gut, das ändern wir jetzt auch wieder über alle Einheiten. Und funktioniert es noch? Keine Ahnung. Wir schauen mal rein. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Ob ich das Problem jetzt damit gelöst habe oder noch schlimmer gemacht habe, werden wir sehen. Also, wir packen hier wieder Redstone rein und das rein. Wir müssten Lampen sehen, die angehen. Ja, sieht gut aus. Und jetzt wird es auch zusortiert. Okay, also das Problem wurde tatsächlich gerade gelöst. Ihr seht, diese Filtermechanismus funktionieren. Grob gesagt passiert folgendes. Ihr seht, hier ist ein Trichter. Da sind diese Items drin. Barrieren mit Smiley und Redstone. Die Items, Redstone laufen in der Wasserstraße hier drüber. Das Redstone fällt natürlich hier rein in den Trichter. Aber sobald viele Items in diesem Trichter drin sind, geht diese Fackel hier aus. Wenn die Fackel ausgeht, werden die Items runtergelassen, bis diese Fackel angeht. Abracadabra. Nice, oder? Und dann ist alles okay. So, die Items wandern jetzt hier in diese Kisten und befinden sich jetzt hier unten erstmal. So, Fackeln, Redstone. Sieht gut aus. Diese Kisten werden sich später bis oben hin befüllen. Wir können das mal so und so machen. Und das ist erstmal ein ganz normales Lerger. Das hat vielleicht jeder von euch irgendwo schon mal gesehen auf YouTube. Das werdet ihr vielleicht auch schon selber in Minecraft gebaut haben. Aber jetzt kommt natürlich dieser Teil hier unten ins Spiel. Ihr seht sehr, sehr viele Schienen. Denn jetzt kommt der besondere Teil. Wir können über diese Schienen ein Minecart durch dieses Lager durchschicken. Das Minecart fährt einmal komplett durchs Lager durch. Einmal auf die andere Seite und wieder zurück. Macht eine Runde. Insgesamt haben wir hier 50 Einheiten auf der einen Seite, 50 Einheiten auf der anderen Seite. Sprich, wir können 100 Items hier in dieses Lager reinpacken. Das Minecart dreht einmal eine komplette Runde. So, nachdem es die Runde gedreht hat, fährt es wieder zurück. Aber jetzt kommt natürlich der spannende Teil. Wir können in das Item ein Minecart reinlegen. Andersrum. Wir können in das Minecart ein Item reinlegen. Zum Beispiel ein Redstone. Und jetzt wird es spannend. Wenn sich im Minecart ein Redstone drin befindet, dann macht das Minecart was anderes. Es fährt und biegt nicht ab, weil es noch nicht hier unten eingerichtet ist. Haha. Genau. Weil ihr seht, hier unten sind auch nochmal Trichter. Diese Trichter müssen eingerichtet werden. Das heißt, wir können jetzt auch hier unten sagen, wenn hier Redstone ist, dann legen wir ein Redstone hier rein. Wenn hier Redstone Fackeln sind, dann legen wir eine Redstone Fackel hier rein. Und das System ist jetzt darauf eingestellt. So. Das heißt, wir warten mal kurz, bis unser anderes Minecart zurückkommt. Das Ganze ist ja geforce loaded. Das müsst ihr also quasi von alleine fahren. Gut. Wenn wir jetzt ein Minecart durchschicken mit Redstone drin und wir schicken das rein, dann pass auf. Tada. Das Minecart fährt zur Kiste mit Redstone, belädt sich mit den Items und fährt anschließend weiter. So. Und weil es natürlich kein anderes Item abgibt, fährt es jetzt einmal eine komplette Runde. Das Gleiche gilt auch für ein Minecart mit einem Fackel. Das Minecart fährt in das System rein, geht zu der Kiste mit der Fackel und fährt anschließend wieder raus. Und das ist das sogenannte intelligente Minecart-System. Das heißt, das Minecart hat sich jetzt beladen mit den Sachen. Wir können einfach mal hier auf unser anderes Minecart warten. So. Während wir warten. Ich finde die Optik super. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, aber ich finde, das sieht richtig klasse aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Design hier. Warten wir, bis unser Minecart hier angekommen ist. Wunderbar ist es da. Redstone Dust. Wir sehen es drin. 15 Mal. Das Minecart kann sich ziemlich schnell mit Items befüllen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung. Wir können ja auf jeden Fall sagen, dass hier Nahrung reinkommt. Das Nahrung wird auf jeden Fall wichtig für das Lager. Lass uns mal zum Test, damit ihr mal seht, wie schnell der Spaß ist, hier eine Kiste mit Brot einrichten. Alles, was wir also machen müssen, ist hier nichts anzuklicken. Hallo. Sondern alles, was wir machen müssen, ist einmal den hier und den hier. Jetzt ist die Frage, ob das hier genauso funktioniert. Es sollte aber eigentlich auch funktionieren. Sieht ein bisschen verrückt aus, ist es auch, aber sollte trotzdem ohne Probleme funktionieren. Und Bread hier oben. So. Das Brot wird jetzt einsortiert und wir machen mal tatsächlich hier eine ganze Kiste voll. Jetzt ist hier unten noch ein Trichter irgendwo gerade hängen geblieben. Sehe ich gerade... Äh, die sind nicht gut. Die Trichter sollten wir mal nochmal putzen. Also wir müssen einen kleinen Bütz hier machen. Weil hier wohl offensichtlich im System noch irgendwelche Items da, dieser Trichter, festhängen, die da nicht festhängen dürfen und sollten. Das pütze ich gleich nochmal durch. So, Brot läuft einfach mal rein. Das Brot läuft jetzt sowohl hier unten rein, als auch da rein. So, und jetzt pass auf. Jetzt haben wir hier einen Minecraft und wir sagen zum Beispiel in Minecraft, guten Tag, ich hätte gerne, dass du mir Brot aus dem Lager holst. Natürlich muss jedes Item einmal am Ende da sein. Warum das so intelligent ist, kann ich euch mal kurz zeigen. Wir können am Ende einen Aufbau bauen. Dieser Aufbau ist unglaublich einfach. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Station haben, wo wir, wir machen es mal ganz, ganz einfach. Wir sagen, hier ist eine Station. In dieser Station steht ein Minecraft und dieses Minecraft soll immer das gleiche Item holen. Woher weiß das Item, woher weiß das Minecraft, welches Item geholt werden soll? Ja, ganz einfach. Wir können jetzt hier einen Baufbau machen. Der sieht ungefähr so aus. So, jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren. Das ist immer der gleiche Aufbau. So, wir nehmen uns einen Trichter, setzen den Trichter so. Das Ding muss so groß sein. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass es alles richtig gebaut wird. So. Dann hier nach oben gehend. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das nicht falsch bauen. Ja, das ist richtig. Ja, hier müssen wir noch die Weiche richtig setzen. Das ist mit Schienen manchmal ein bisschen fummelig, das Ganze zu bauen. Aber so sollte es dann aussehen. Damit die Schienen noch bepowert sind, empfehle ich auch noch hier irgendwie einen Redstone Block reinzunehmen. Und das ist es schon. Jetzt müssen wir einfach nur noch hier einmal oder mehrfach das Item reinlegen, was geholt werden soll. So, dann haben wir hier unser Lagersystem. Das baue ich auch nochmal ganz kurz eben hier ein, dass ihr es euch mal vorstellen könnt. Das ist jetzt eine Miniaturversion dessen, was wir hier in riesig, in riesig, riesig, riesig groß bauen werden. Wir haben immer eine Einfahrt in das Lagersystem und wir haben eine Auswahl aus dem Lagersystem. Das sieht dann ungefähr so aus. Und fertig. Das ist später das System. Wir haben also jetzt hier ein Minecraft und zum Beispiel irgendwie eine Kiste, in der immer Brot drin ist. Komm, lass es mich. Komm, wir bauen es jetzt einmal perfekt. Einmal so perfekt, dass ihr seht, was ich meine. Wir können zum Beispiel hier eine Kiste machen. Wir machen uns einen Trichter. Was heißt Trichter? Hoppa. Ich habe gerade für eine Sekunde vergessen, was Trichter auf Englisch heißt. Also irgendwie, ich erreiche gerade eine Sekunde. Brain Afka. Wir können jetzt folgenden Aufbau an den Trichter machen. Ihr lernt hoffentlich auch ein bisschen was über Redstone. Wir können Komparator machen. Der wiegt, ob da Items drin sind. Solange Items drin sind, ist diese Fackel aus. Solange diese Fackel aus ist, bedeutet das, dass diese Schiene von diesem Redstone kein Strom mehr bekommt. So, heißt also, wenn diese Kiste mit Brot voll ist, voll, 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 voll. Und wenn sich in diesem Trichter hier ein paar Brote drin befinden, dann ist die Schiene aus und ein Minecraft steht hier seelenruhig und friedlich alleine. Fertig. Das ist der Aufbau. Ihr seht, hier ist Brot drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier Brot rausnehme, dann geht's los. Das Brot geht raus. Das Minecraft fährt los. Das Minecraft holt sich hier ein Brot. Jetzt ist ein Brot im Minecraft drin. Das hat's gerade hier bekommen. Fährt nun in das Lagersystem rein. Sucht sich nun die Kiste, in der Brot drin ist. Wir begleiten das Minecraft. Das fährt einmal hin und her. Und wird gleich, wir lassen das Minecraft einfach mal ganz kurz einen kleinen Moment fahren. So. Ihr seht, das Minecraft passiert. Das komplette Lagersystem. Während das Minecraft jetzt durchs Lagersystem fährt, kann jetzt schon das nächste Minecraft ins Lagersystem einfahren. Was wir natürlich bauen müssen, ist später eine kleine Kontrolltechnik, die verhindert, dass es Kollisionen gibt. Da können wir aber auch ganz, ganz tolle, moderne Technik nutzen. Da würde ich mir was ganz Intelligentes bauen. Das erzähle ich euch gleich. So. Minecraft hat die Brotkiste gefunden. Beläht sich mit Brot. Fährt jetzt anschließend hier hin. Fährt hier hin. Gibt ein Brot fürs nächste Mal hier wieder ab. Also hier ist dann immer schön ein Brot drin. Und das Brot von Minecraft wird jetzt abgegeben an unsere Kiste hier. Unsere Kiste wird befüllt. Ihr seht, hier ist wieder ein Brot drin. Ich markiere es euch nochmal. Angenommen, hier fehlt immer noch Brot. So. Wenn die Kiste jetzt komplett leer ist hier, dann ist es egal. Das Minecraft wiederholt nämlich von alleine diesen Prozess immer und immer und immer und immer wieder, bis diese Kiste voll ist. Also sobald das Minecraft alle Brote abgegeben hat, macht sich das Minecraft wieder auf den Weg. Schnappt sich hier ein Brot. Das eine Brot, was hier drin lag. Das heißt, hier kann ich mal festlegen, welches Item geholt werden soll. Und Leute, seht ihr, wie einfach diese Technik ist? Das ist ein irre, super, super, saukomplexes Redstone. Das ist eine Technik, die ihr genauso auch im Survival bauen könnt. Ihr müsst nur das hier bauen als Station. Das ist schon die Station. Und tschüss. Das ist schon die Station. Mehr Stationen braucht ihr nicht. Das ist alles, was ihr braucht für die Station. Und einmal dieses Ding hier, diesen Aufbau, der dafür sorgt, dass das Minecraft weiß, was es holen soll. Jetzt werdet ihr sagen, ja gut, aber woher weiß das Minecraft, wo es hinfahren soll? Genau. Da gibt es eine Lösung. Wenn ihr das herausfinden möchtet, könnt ihr einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren und die nächsten Folgen hier von Redstation gucken. Denn ich werde euch in den nächsten Folgen erklären, wie die ganze Technik dahinter geht. So. Minecraft fährt hier rein. Ihr seht, mit ganz viel Brot. Und hat auch wieder ein Brot fürs nächste Mal hier abgegeben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt möchte, dass das Item, dass hier ein anderes Item geholt wird, dann kann ich auch einfach hier Redstone reinmachen. Und sobald ich jetzt alle Items hier raushole, so, zack, 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 wird ab jetzt Redstone geholt. Das heißt, ihr seht, wie einfach das war. Ich habe einfach hier das Item geändert in diesem Trichter. Ich würde empfehlen, wenn ihr es habt, den Trichter einmal komplett voll zu machen, damit nicht aus Versehen irgendein anderes Item hier oben reinfällt. Es kann ja mal sein, dass per Zufall irgendwas droppt. Dann droppt es nicht ins Minecraft rein. Das gibt keinen Ärger. So, und ihr seht, jetzt gerade wird hier Redstone geholt. Ich glaube, das Redstone wurde schon geholt. Das Minecraft macht sich auf den Weg. Es gibt jetzt noch zwei wichtige Sachen, die wir beachten müssen. Erstens. Die schwierige Sache ist, wir haben später mehrere Stationen. Wie sorgen wir dafür, dass das Minecraft weiß, zu welcher Station es fahren soll? Wie sorgen wir dafür, dass es keine Crashes gibt? Zweite Sache ist, wie sorgen wir im Lagersystem dafür, dass es keine Crashes gibt? Da nutze ich Technik aus der aktuellen Bahntechnik. Es ist so beim Bahnübergang, dass die Schranken ja runtergehen und der Zug fährt dann, erst mal by the way, ihr seht hier, jetzt hat es geklappt, wir haben jetzt Redstone geholt. Beim Bahnübergang ist es so. Die Schranken in den Zug, der Zug fährt über den Bahnübergang und direkt, wenn der Zug drüber gefahren ist, gehen sofort die Schranken wieder auf. Woher wissen die Schranken, dass der Zug drüber gefahren ist? Ganz einfach. Am Anfang und am Ende des Bahnübergangs sind Zählsysteme. Die zählen die Räder, die den Bahnübergang passieren. Das heißt, der eine zählt 1, 2, 3, 4, 5. Der andere zählt 1, 2, 3, 4, 5. Und sobald die Zahlen gleich sind, weiß das System, es hat alles geklappt. Was ich also machen muss, ist folgendes. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Züge hier reinschicke, dann muss ich mal gucken, mit welchem Abstand ich sie in dieses System reinsticke. Der Abstand sollte so gewählt sein, dass ein Minecraft, was hier reinfährt, einmal sich beladen kann und diesen Slot frei macht. Also angenommen, wir haben zwei Redstone-Minecarts hintereinander, dann müssen wir diesen Abstand gut wählen. Dann muss der Abstand so gut gewählt werden, dass wir, wenn wir jetzt hier Redstone haben und hier Redstone haben, dass das Minecraft losfährt und das andere Minecraft muss so lange warten, bis dieses Minecraft fertig ist. 3, 2, 1. Und jetzt darf das Minecraft losfahren, dass es niemals einen Crash geben wird. Das ist der Abstand, in den ich die iCarts hier reinschicke. So, und alles, was ich jetzt machen muss, ist folgendes. Ich muss ein System machen, was das zählt, wie viele Minecarts reingehen und was am anderen Ende zählt, wie viele Minecarts rausgehen. Und sagen wir, in dem gesamten Lager dürfen sich gleichzeitig maximal 5 Minecarts aufhalten. Das heißt, solange 5 Minecarts in diesem Lagersystem ist, darf dann anschließend kein weiteres Minecraft losgeschickt werden, eher nicht mindestens ein iCart aus dem Lager rausgefahren ist. Das bedeutet auch, dass die Technik, sollte es ein Fehler passieren, ja, dann kann ich das technisch erkennen. Das heißt, die Redstone-Technik würde melden, Achtung, dass ein Fehler im Lager passiert, Joe kümmert dich mal drum und würde zum Beispiel jetzt irgendwo eine Lampe anmachen oder einen Alarm anmachen. Das heißt, wir können das ganze System beobachten mit Redstone. Das ist auch nochmal neu. So, das habe ich mir vorgenommen für die nächste Folge Redstation. Ich freue mich, wenn ihr da zuguckt. Und an dieser Stelle seht ihr natürlich auch live was. Also, schaltet gerne die Livestreams ein. Aber in diesem Sinne erstmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.